Ob auf Pancakes oder als Ahorn-Karamell, wir lieben Ahornsirup in all seinen Formen. Oft wird er mit süßen Desserts in Verbindung gebracht. Aber kann er auch beim Sport nützlich sein? Ahornsirup ist nicht nur sehr lecker, sondern auch gut für den Körper. Er ist vegan, glutenfrei und enthält keinerlei künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe. Wenn Sie einen aktiven Lebensstil führen, wird es Sie interessieren, dass Ahornsirup hochwertige Energie für Sport und Bewegung liefert. Er ist eine ausgezeichnete Quelle für Kohlenhydrate und sorgt daher für mehr Leistungsfähigkeit. Um das Energielevel hochzuhalten, hilft es schon, ab und zu an einem Sportgetränk mit Ahornsirup zu nippen. Muskeln sind der Motor des menschlichen Körpers und benötigen Kraftstoff, um Leistung zu bringen. Je nach Intensität der Anstrengung wird mehr oder weniger Kraftstoff verbraucht. Ob bei Anstrengungen mit hoher Intensität wie beim Hockey oder Tennis oder bei Ausdauersportarten wie Radfahren oder Laufen. Kohlenhydrate sind die wichtigste Energiequelle für die Muskeln. Der Verzehr von Kohlenhydraten während des Trainings erhöht deren Verfügbarkeit. Der Muskel kann dann auf seine internen Reserven zurückgreifen oder Kohlenhydrate aus der Nahrung nutzen. Nach dem Training kann Ahornsirup die Kohlenhydratreserven in den Muskeln wieder auffüllen. Für eine optimale Erholung ergänzen Sie Ihre Mahlzeit mit etwas Ahornsirup. Neben den Muskeln muss auch das Gehirn während des Trainings arbeiten und Entscheidungen treffen. Es bestimmt, wie die Muskeln bewegt werden und wie auf den ständigen Informationsfluss reagiert wird. Ahornsirup ist ein guter Begleiter während des Trainings, um die Entscheidungsfähigkeit beim Sport zu verbessern. Deshalb sind Getränke mit Ahornsirup eine Alternative zu kommerziellen Sportgetränken. Egal in welcher Form, Ahornprodukte sind Kraftstoff für den Körper. Jetzt sind Sie dran. Gehen Sie eine Runde laufen oder zum Fitnesstraining. Das übernimmt der Ahornsirup leider nicht für Sie. Ahornsirup aus Kanada ist eine natürliche Energiequelle, die aktiven Menschen zu mehr Leistung verhilft. Darauf können Sie sich verlassen. Sie wechseln. Untertitelung des ZDF, 2020